Hallo Leute, herzlich willkommen auf einer StandoGaming und heute spielen wir mal wieder Kack, wo hab ich schon mal gesagt, Winti. Ein bisschen Gereizklingeln, wie man gleich hören kann. Ja, es hat eine Million Jahre gedauert, bis ich hier mal endlich dieses Scheiß-Kack-Video drehen kann. Unter anderem nicht nur dieses Video, sondern auch, ähm, äh, ja, ich will also andere Dinge, ähm, also bitte nicht alles hier so ernst nehmen, was ich sage. Ich bin gerade ultragereizt, ähm, genau versuche ich natürlich eine gute Laune hier in dem Video reinzubringen, äh, ihr kennt mich ja. Jetzt bin ich auch noch überladen, oder was? Jetzt spielen, ja, es macht mich auch verrückt. Dieses Spiel macht mich absolut verrückt. Kann ich mal aufhören hier rum zu... ...dingsen? Ach, nee. Das war jetzt ein schlechter Scherz. Ich lass es so, ich lass es so, ich lass es so. So. Kann ich jetzt wieder springen? Ja. Okay, ähm, was brauch ich? Alles? So, also ich kann... ...Füße. Das mach ich auf jeden Fall. Nebenhand? Weiß man nicht, was bei denen eine Nebenhand ist? Egal. Jetzt können wir erstmal bei diesem ganzen Scheiß-Holz erstmal gucken. So. Okay. Au, du. Ah, das sind diese Scheiß-Dinos. Ich kenn diese Dinos, äh, von... ...tatsächlich von Jurassic World und Park. Äh. Da würd ich auch mal übrigens tatsächlich ein Video drüber drehen. Äh, allerdings weiß ich nicht. Warum hängt dieses Spiel eigentlich die ganze Zeit, Bruder? Es hängt die ganze Zeit, obwohl nix im Hintergrund läuft. Dieses Spiel, ne? Es ist einfach nur dumm. Ja, schön, dass ich geschissen habe und interessiert niemanden. Alter, Alter. Dieses Spiel, ne? Du bist erschärft. Du kannst nicht mehr springen. Ey. Ich bin der Spieleentwickler und mag es gerne, dass man nicht springen kann, wenn man zu schnell gerannt ist. Oh, als... Ich hab... Ich hab... Leute, also... Es ist doch so behindert gemacht. Oder... Es ist einfach nur zum... Heulen. Oder was hab ich denn jetzt gegessen? Du drohst zu verdursten. Dann trink doch einfach was. Ich bin... Ein Art Spieler. Ich hoffe, der greift nämlich an, der da aus. Jetzt hab ich ja noch einen gebrochenen Knochen. Also wenn ich jetzt gestorben bin, ne? Und ich alles verloren habe. Dann gibt's ja... Ja, aber ich schlafe. Wie Spawner? Bitte dort! Ich bin wieder auferstanden. Wow! Ich hab wieder nix, ey! Leute, dieses Spiel ist absolut scheiße. Ab heute, dieses Spiel ist einfach nur noch scheiße. Oder ich sterbe, weil ich da runterfalle. Naja, ich bin ja nicht immer noch fallen, aber... Nee, dieses Spiel ist absolut behindert. Also, einfach nur noch behindert. Ja, Stroh. Und ein Feuerstein, natürlich. Krieg ich denn Stroh her? So, Stroh hab ich jetzt. Stein. Ja. Feuerstein. Aber ich kann keine Steine machen. Dieses Spiel ist so behindert. Ich kann keinen Stein machen. Ich kann auch keine Axt machen, weil ich einen scheiß Feuerstein brauche. Und da brauche ich aber eine Axt für. Ey, das... Das ist doch unnormal. Ah! Jetzt auf einmal kriege ich das Geschenk, oder was? Nimm es doch! Ey, also... Dieses Spiel, ne? Also... Oh ja. Okay. Immerhin habe ich jetzt eine... Huren-Sonne-Axt. Ich möchte mich äußern, natürlich ist dieses Schimpfwort ein Schimpfwort. Also bitte sagt es natürlich niemand, ähm... Äh, äh, sagt es keine Person. Dieses Wort. So. Ich hab's jetzt einfach nur gesagt, weil ich gereizt bin. Diese Viecher gehen mir auch schon wieder auf den Sack. Ich nutze eine Fackel. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Dieses Viech schaut ab. Alles klar. Ja, so. Essen. Verpiss dich. Warte, wo ist dieses Viech, was ich immer weggedings hab? Hm. Egal. So, was kann ich jetzt bauen? Das. Fasernleder. Warum kann ich das nicht bauen? So. Ich hab keine mehr. Das kann ich noch bauen. Gut. Dann mach ich das einmal hier. Und wenn man das... So. Und das kommt in meinem Inventar. So. Also, muss ich überhaupt was trinken? Ups. Wasser. Nee, muss ich nicht. Okay. Warum brauch ich jetzt ne Fackel, um das reinzusammeln? Egal. Egal, 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 egal. So, jetzt können wir dit machen. So. 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 Okay, also rohes Fleisch darf ich nicht essen. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D eine Hose. Und mehr kann ich sogar gar nicht mehr machen. Noch ein bisschen Essen. So. Und jetzt gehe ich was trinken. Trink doch. Warum trinkt der denn nicht mehr? Achso, ich habe genug. Warum bin ich jetzt so rot? Muss ich das checken? Immer nicht. So, dann können wir hier mal gucken. Hier ist auch noch so ein scheiß Viech. Ja. Stirb. So. Ich brauche einen Feuerstein und Holz. Okay. Holz. So. Und einen Feuerstein. Komm her, Feuerstreuen. Kann ich diese Dinger hier auf die Yorke gehen? Warte, auf was für ein Level ist dieses Vieh? Das ging ja schnell. Das war mal ein Viech. Ja. 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 Perfekt, danke. Neues Levelverkürzung. Anwendung in dein scheiß Inventar. Du hast gekackt. Hier sehe ich nichts. Auf zu lügen, Spiel. Warum rennt der denn jetzt weg? Komm her, du blödes Dino. Komm her. Jetzt geht's ins Wasser, Alter. Was ist das denn für ein Rotz? So, wo muss ich jetzt hin? Ah, da muss ich hin. Okay. Boah, jetzt bin ich wieder erschützt. Ey, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentare. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ähm. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.